Ein spannendes Thema. Ein hochspannendes Thema. Ein Thema über Hochspannung. Die 380 KV-Leitung durch den Thüringer Wald. Eine umwelttechnische Katastrophe. 100 Meter breit, 100 Meter hoch, mitten durch das sensibelste Waldgebiet Thürings. An diesem Beispiel wird deutlich, dass den großen Konzernen, die Strom produzieren, es völlig egal ist, wie die Energiesicherheit dauerhaft auch mit Ökologie und Ökonomie in Einklang zu bringen ist. Deshalb schlagen wir eine Energiewende in Thüringen vor. Wir sagen, die 380 KV-Leitung ist überflüssig. Sie kann dort, wo sie gebraucht wird, über eine alte Trasse modernisiert werden, aber sie muss nicht durch den Thüringer Wald gebrochen werden. Was wir aber wollen, ist das modernste Energieland Deutschlands zu werden. Wir wollen so viel Energie produzieren, wie wir selber verbrauchen und dazu muss auf die Dächer Solaranlagen, muss in den Flüssen entsprechende Wasserkraft genutzt werden. Brauchen wir Biomasse, Kraftwerke, brauchen wir Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen. Wir brauchen eine Offensive in der Energiepolitik. Thüringen kann, Thüringen muss, ja Thüringen soll das modernste und effizienteste Energieland Deutschlands werden. Das ist gut für die Ökonomie, gut für die Ökologie und gut für alle Menschen, die dafür Arbeit finden.